WhatsApp auf dem PC statt auf dem Not-Tel. Wie geht das? Ich habe hier WhatsApp auf meinem Not-Tel, möchte das gerne aber auf dem PC bedienen. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich starte einmal das Internet, denn das läuft übers Internet. Hier. Und ich gebe hier oben WhatsApp.com ein. Hier bin ich also im Internet bei WhatsApp und ich klicke hier auf WhatsApp Web. Dann erscheint hier ein sogenannter QR-Code. Diesen Code muss ich nun mit meinem Not-Tel scannen. Das heisst, ich starte nun WhatsApp auf meinem Not-Tel hier und gehe auf dem Not-Tel zu diesen drei Punkten und sage, bei meinem Not-Tel, ich möchte gerne WhatsApp Web starten. Hier sehe ich, es sind bereits ein paar PCs registriert, auf denen ich WhatsApp bereits brauche. Ich klicke hier auf das Plus, denn ich will ein zusätzliches Gerät dazufügen. Dann trage ich das Not-Tel über diesen QR-Code und ich scanne mit dem Not-Tel diesen Code. Schwupps! Und schon hat es funktioniert und schon sehe ich sämtliche Informationen, alle Chats auf dem PC und kann natürlich jetzt viel praktischer hier auf dem PC tippen als auf meinem Not-Tel. Das war's. Hold, das war's. Hold.